Dass Yoga gut für die Entspannung ist, muss ich dir ja vermutlich nicht mehr erzählen. Aber wusstest du schon, dass es auch Yoga für die Augen gibt? Das sind Übungen, mit denen du gezielt deine Augen entspannen kannst, wenn sie müde von der Bildschirmarbeit sind. Und Augen-Yoga ist nicht der einzige Trick für einen erholteren Blick. Falls du Lust auf mehr Anti-Aging-Tipps für deine Augen hast, dann solltest du bei diesem Video ganz genau hinschauen. Sogenannte Sehtrainer versprechen, dass regelmäßiges Augentraining helfen kann, wieder leichter und klarer zu sehen. Tschüss Brille, sozusagen. Aber leider zu früh gefreut. Das ist nämlich ein leeres Versprechen, sagen Augenärzte. Leider kommst du mit keinem Training der Welt gegen die Brille an. Die braucht jeder Mensch im Laufe seines Lebens irgendwann gegen die Alterssichtigkeit, weil die Linse und der Augenmuskel weniger elastisch werden. Und auch eine bestehende Fehlsichtigkeit wie Kurz- oder Weitsichtigkeit ist durch Augentraining nicht behebbar. Trotzdem tust du dir gerade als Bildschirmarbeiterin oder Arbeiter mit Augentraining etwas Gutes. Einfache Entspannungsübungen helfen dir und deinen Augen dabei, sich zwischendurch zu erholen und eine Kurzsichtigkeit vorzubeugen. Der Blick auf den Bildschirm schadet bei Erwachsenen zwar nicht grundsätzlich dem Auge. Aber bestimmen kennst du auch das Gefühl, dass nach einem langen Arbeitstag am Rechner die Augen oft gereizt und trocken sind. Beim konzentrierten Blick auf den Bildschirm schließt du die Augen seltener. Und ist der Lidschlag verringert, wird das Auge trockener. Deshalb solltest du regelmäßige Pausen einlegen. Dabei können zum Beispiel Apps helfen, die nach einer gewissen Zeit Hinweise auf den Bildschirm erscheinen lassen, die dich auffordern, die Augen zu schließen oder eben Augenübungen zu machen. Beim sogenannten Augen-Yoga bewegst du die Augen langsam nach links und rechts, nach oben und unten, sowie diagonal nach rechts oben und links unten und umgekehrt. Die Augen-Yoga-Übungen kannst du mit offenen oder geschlossenen Augen durchführen. Zusätzlich kannst du während dieser Augenübungen versuchen, die Umrisse der Gegenstände wahrzunehmen, die am Rande des Blickfeldes auftauchen. Eine weitere Übung ist das Fixieren. Halte einen Bleistift ungefähr eine Armlänge entfernt und fixiere mit den Augen die Spitze. Schau dann wieder in die Ferne. Wie alle Augenübungen solltest du auch das Fixieren mehrmals wiederholen. Übung Nummer 3 heißt Palmieren. Setze dich bequem hin. Reibe die Handinnenflächen mit einer schnellen Bewegung aneinander, bis sie warm sind. Neige den Kopf leicht nach vorne und lege die Hände in einer Kuhle ineinander. So. Und dann gewölbt über die Augen. Achte darauf, dass die Hände nicht auf die Augäpfel drücken und die Nase frei bleibt, damit du ungehindert atmen kannst. So bilden die Innenflächen deiner Hände eine Höhle für die Augen, ohne sie zu berühren. Schließe deine Augen und lasse sie in der Dunkelheit ruhen. Atme entspannt weiter und genieße den Unterschied zu Licht, Kontrasten und Farben. Bei verspannten Augen hilft auf die Schnelle oft eine Akupressur. Dafür drückst du mit dem Daumen und dem Zeigefinger seitlich an jener Stelle, des Nasenflügels, wo sonst die Brille sitzt. Auch Pressen und Reiben unterhalb der Augen, ungefähr dort, wo die Wangenknochen beginnen, kann müde Augen wieder munter machen. Ansonsten gilt für die Augen genau das Gleiche wie für den gesamten Körper. Regelmäßig beim Arzt oder bei der Ärztin checken lassen, ob alles in Ordnung ist. Gesund essen, dich viel bewegen, ausreichend schlafen, wenig Alkohol trinken und vor allem nicht rauchen. Denn Nikotin erhöht das Risiko für schwere Augenerkrankungen um ein Vielfaches. Und eine ganz wichtige Sache darfst du natürlich nie vergessen. Nämlich diese hier. Eine Sonnenbrille sieht nicht nur cool aus, sondern ist ein wirklich wichtiger Schutz vor UV-Licht für deine Augen. Beim Sonnenbrillenkauf solltest du deshalb nicht nur auf das Design gucken, sondern vor allem auf die Kennzeichnung UV400 oder 100% UV-Schutz. Damit bist du auf der sicheren Seite. Darannせて ich euch nicht erst auf das Buchstuhl zu Alleg explanainander. Ich unterstütze die Bereiche letztendurch von die Beinformatierten, Ich meine König